Ja, hier euer Wolfgang und heute geht es um eine ganz spezielle Schulterübung mit einer ganz besonderen Ausführung. Die macht Spaß, gibt einen Riesenpump. Vor allen Dingen, wer die Schultern schwer fühlen kann beim Seitwärtsheben, der wird hier auf seine Kosten kommen. Wir machen also drei verschiedene Positionen mit den Handeln. Wir nehmen relativ leichte Handeln, weil anders geht es nicht. Die erste Position, dann nehmen wir die Handflächen nach hinten, gerade und ziehen das Gewicht, stehen relativ gerade, hoch und halten. Das Ganze achtmal. Jetzt drehen wir die Handflächen nach vorne, stehen so quasi und ziehen das Gewicht zur Seite. Achtmal. Oben immer einen kleinen Stopp. Und am Schluss eine dynamische Geschichte. Das heißt, da lehnen wir uns noch ein bisschen vor. Klein wenig vorlehnen, die Ellbogen nach hinten ziehen und schön hochziehen. Also diese Bewegung. Das probiert mal. Super Übung. Das war's. Das war's. Vielen Dank.